Mediziner Registrierung Fahrrad zu Aufräumt Er ist jetzt schon los? Jo Ui nein 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 Oh nein Äh, wirst du die Blockierung von roten Ampeln warten, höre ich. Noch mal für alle bei den roten Ampeln nicht warten. Also schon, wenn wir den Gegenverkehr kommen lassen, aber nicht stehen lassen. Ja, wenn wir recht stehen. Und, ja, im Gegenverkehr ist dann schon, aber sind die Individuen im Ganzen gekommen worden. Dann weiß das alles aufeinander. Gab es irgendein Update beim ETS-Gedinger? Ja, das Gartenabteil. Ja, das ist nur die EC rausgekommen. Was ich gerade geschafft. Würde ich das dann da über die Internetweite runterladen, oder? Na, ich steigere den ETS-Gedinger. So, dann fangst du den Daumen auch an. Ah, ok, mal auf. Hä? Was ist das? Die Ampeln blinken gerade. Alle bei mir wechseln zwischen rot und gelb. Auch nicht schlecht. Das hab ich auch noch nie. Was blinkt das? Ja, die Ampeln wechseln die ganze Zeit im Sekundentakt von rot auf gelb. Und wieder zurück. Hallo. 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 Hast du das auch mitzahlen oder was? Nein. Warum nicht? Hallo. Boah. Zahne und nicht alles. Böse, der Junge. Boah. Ich hätte mich jetzt voll verfahren, heute zugelegt. Wenn mein Navi das sagt, hat mich jetzt gewundert, wir würden doppeln. Wo jetzt? Links halten. Nicht rechts hoch. Hallo? Wo seid ihr? Warte aufs Gefahr. Hallo, die Autowand drauf. Wohin seid ihr? Da. Ja, total. Komm einfach in die nächste Stadt. Bitte was? Komm einfach in die nächste Stadt. Oder fahr mit 147. Wenn ich wüsste, wohin. Ja. Zaltiburg. User disconnected from Utah. Tschüss. Wer war das? Ja, ich mach auch aus. Immer diese Leute, die einfach ausmachen. Ja. Ja. Du bist nur noch hinter mir. Ja. Ja. Ich mein, ich hab halt seit kurzem eigentlich gecramt. Wer ist das eigentlich? Wie heißt der? Ja. User disconnected from your channel. Wer war denn das? Warum. Einer, eine, eine. Ein, eine. So. Er ist, ein, zwei, der gang. Und schön langsam. Der Berg. Der Startplatz. Was? Der Micha. Michael ist aufgeschlossen. Wir sind jetzt erst auf der Autobahn und nicht in den Lern. Ja, dann muss man hier leicht ran fahren. Wieso da hinten kommen die Abfahrt zur Landstraße? Ja, ich weiß nicht. Im Tunnel stehen bleiben. Im Tunnel stehen bleiben? Ja, auf dem Standstreifen. Warum stehen bleiben nicht? Warum stehen bleiben? Ja, dass die alle hinterher kommen. Okay. Wenn sie 80 fährt, dann müssten sie alle aus. Wir fahren 70. Ja, warum gibt es denn? Aber die anderen können ja ein bisschen schneller zum Aufholen noch fahren, ne? Die stehen bleiben auch ziemlich, ne? Scheiße, Berg. Äh, nur kann es sein, dass du halt den Zentren nach Hustort vorbeigefahren bist. Nee, wir fahren die Bahnstraße. Naja, man kann nur drauf gehen. Äh, wo stehen die Leute jetzt von Bahnstraße? Äh... Ja. Mir wurde geschrieben, das war Maulstraße. Alle Berge. Ja, wir zerreißen gerade. Wir fahren welche nach rechts, wir fahren welche nach irgendwo. Wir fahren immerhin erst hin. Wo soll ich hin? Geradeaus, nirgendwo runterfahren. Okay, scheiße. Ja, da haben wir jetzt glaube ich drei, vier Leute verloren. Ja. Ja. Ich weiß nicht, dass es mal so schwer den Leuten hinterher zu fahren ist. Oder warum er sich nicht das Navi stellt. Ja, 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 ja. Es geht erst mal Salzburg. Ja. Ich hab das Navi bei oben. Ich hab das Navi bei mir auf groß. Ja, da kommt nachher noch nachher. Ja, da kommt nachher noch nachher. Dann kommen sie auch auf die Straße, wo wir nachher nachher. Ja. Ja. Wer von euch, die jetzt abgefahren sind, das haben wir uns rum. Verkissen. Blut. Ja, selbe. Hinten genau selbe. Da fährt einer rechts, einer links. Warte net. Ich bin nach oben. Könnte auch rechts runter fahren, dann kommt die Autor ein. Das ist ja nicht unser erster Kornball, oder? Ja, jetzt rechts runter. Wie ist das eigentlich? Geobretisch wird das komplett falsch gemacht, weil am Anfang der, bevor man losfährt, wird die Route erst festgelegt. Ja, die Luftreise, jetzt kann sich jeder die Route einstellen, weil es weiß jeder, wo sie hingeht, ne? Ich mein, hier ist halt blöd. Man kann rechts ausfahren, und man kann auch gerade ausfahren, weißt du? Das ist halt der längere Weg, ne? Ja. Moment, gleich. Sollen wir als nächstes auf die Landstraße? Ihr müsst auf die Landstraße dann abkommen, ja. Ihr müsst einfach nach Salzburg kommen. Ja. Für Leitlein kommt für alle lieber. Joni? Jo. So. Magst du den Stand schreiten? Hallo. Ja. Ja, schön. Ja, schön. Michael, was willst du jetzt überhaupt? Ey, was hast du deine Papa? Ja. 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 hier ist ja eh Serpentine, hier kannst du eh nur mit 50 hoch ist gar nichts zu leiten, wir sind da gar nicht so wenig Geld, wenn der einfach ein bisschen bösen ist, dann muss ich abzutreten so, da kommt einer die Serpentine runtergekommen, also entgegen Vorsicht Leute, da kommen die scheisse Serpentine bitte keine Kurve schneiden, wenn es geht Michael, was hast du gesagt? also ich sehe euch alle schon wieder es war da gerade hinter mir hallo das war gerade los alles ist du hast gerade gesagt, nicht stehen bleiben, es wurde gut da ja vor mir hier irgendwer, keine Ahnung, ist stehen geblieben ich nicht oder das ich jetzt Probleme habt ihr habt ihr überhaupt alle Licht an? ich hab ja mich auch die Frau ohne Licht, rechts ist blind die Frau das ist eine schöne Strecke ich freu mich ja hier wieder Nein, jetzt ist es mir egal, das war ich nicht nett. Oh, es sieht doch nicht lustig aus, wie sich alle in dieser abendlichen Dank schlingelt. Hallo. Hallo. Also ich glaube jetzt die Strecke nach Salzburg. Salzburg oder Salzburg, das mag sich schon nach der Straße sein, glaube ich. Ja, das ist nur nach der Straße. Dann haben wir eigentlich außerhalb von Ihnen keinen Nachschluss mehr, zu 90%. Aber nach der Straße ist doch schön. Ja, bestimmt. Aber auf Dachmann kannst du weiter spielen. Auf Dachmann kannst du weiter spielen. Auf Dachmann sowieso nicht. Ja, ja. Ja, ja. Ganz schön, aber... Der ganze Konfall mit 120. Boah, das ist kein Ursen, Alter. Heute früh eben 2.5 Uhr auf Spüler fahr ich ums Boothandel. Er holt mich also um 20 Mann können heute. 140. Prost. Wie lange hat bei uns ein Update gedauert? 140 lange. Ich will gerne ein Update. Okay. Wann hat das denn am Mittag gedauert? Null. Ja, aber es dauert auch 10 Minuten. Ich nehme mir das, glaube ich, 2 Minuten. Minus, Abstand. Wenn ich, wenn ich, bin ich. Na, und? Wer fährt ganz vorne? Der Dome. Der Dome, der Abstand wird zu groß. Äh, da bin ich ja fast... Boah, ne? Vorne 70. Äh, rechts vorne 70. Ja, ich bin der 4. Ja, ich bin der 4. Aha. Das brennt man nicht so hoch. Ja, aber... Das ist scheiße am Berg. Mal gucken, wenn wir an der Werkstatt sind, dann hole ich mir besser den Motor rein. Ja. Wär schlecht. Ah, das ist ja eh schon. Ja, das ist ja auch. Aber ich meine... Wann hab ich geladen? 18 Tonnen. Ja, ich hab sonst mal Automatik fahren. Ich fahr heute mal mit der Schaltwagen. Ich bin auch am Rührmeer. Soll ich schon mal. Und, die sich das einfach schalltragen. Soll es doch mal. Den Convay sowieso im Blumen kommen fest. Ja gut, also... Verstehen konnte ich das jetzt nicht? Nee, ich würde nicht. wir fahren jetzt hier vorne 60 ich merke meine Mutter schon wieder fest, warum es so oft 4. Gangsbeständigen ist richtig neus nicht die Jungs sind welche, die Jungs sind welche, schlafen wir unterwegs nach Salzburg oje, Landschaft ist geil 50 km vor Salzburg es ist Winter, ich stehe noch mit dir oh Gott was ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr besser Motor erwürgen den R620 den R620 boah V8 BTS ist das so scheiße ich mach den hier ich mach den hier ich mach den hier gleich wieder ein bisschen zuhause hinsetzt ja, machen wir ja, machen wir wo machen wir Treffpunkt, machen wir Werkstatt oder wir stehen hier ein bisschen klein ah ok ja 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 da A und wala ja r ja 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 Bluhl, bin ich zweiter, fahre ich hinter das Dom. Wo gehts nach Salzburg hin? Keine Ahnung. Achso, ich habe die Verstandung auf dem Weg. Boah, ich wundere was, jetzt ist mein Pingo. Wo bist du? Ich bin da nicht durch den Salzburg. Hinter mir ist er da? Nein, ich habe mich abschleppen lassen. Achso, laula fack. Da lieb, lasse ich mich abschleppen. Dass ich meinen Ping schnell in den Griffen wieder regeln kann. Und statt ich mit Highping durch den Konvoi fahren, den ganzen Konvoi damit aufhalte. Also du hast dich für uns abschleppen lassen. Ja, ja. Wo ist das Dreadpunkt in Salzburg? Ja, gestatt. Ich park da wo ich vorher auch geparkt habe. Ich auch. Gleich hier da. So. So. Einmal reparieren. Und einmal. So. 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 Weil man muss eh so eine kleine Straße hineinfahren, um auf die Werkstatt zu kommen. Wo ist denn der Rest? Ich hab das Gefühl, die Hälfte fehlt hier noch. Fehlt in der Tat noch was. Deswegen warten wir noch ein bisschen. Ich bin das letzte Stück ohne Licht gefahren. Ich bin das letzte Stück ohne Licht gefahren. Ich bin das letzte Stück ohne Licht gefahren. Leute, ihr kennt doch sicherlich in Mannheim oder Magdeburg hier in ETS diesen einen riesigen Parkplatz, der aber nicht auf der Map gekennzeichnet ist. Wisst ihr welchen ich meine? Nö. Hat die da noch nie? Äh, ich war nicht wirklich noch Schroningen. Achso, naja. Du meinst, Mannheim. Oh, du hast sofort gearscht, du bist die Erranger. Weil es gibt nächste Woche so ein kleines Truckfest. Also das ist halt ein sehr großer Parkplatz, wo halt sehr viele LKWs drauf können. Und das ist dann so wie so ein Tuning-Treffen für LKWs. Halt hier in ETS. Ich glaube EU2. Und das ist auch nicht normal.